Hallo, hier spricht Timo Stubel von Parallels. Heute möchte ich Ihnen ein Video zeigen, wie Sie Benutzer einladen, um auf Remote Application Server Umgebungen zuzugreifen und zeige Ihnen auch einen weiteren Weg, wie Sie Endanwender über einen HTML5 Browser bewegen können, einen Client herunterzuladen und diesen auch automatisch vorzukonfigurieren. Okay, also bevor wir hier auf Invite Users klicken können, müssen wir eine SMTP-Integration konfigurieren. Dafür gehen wir hier auf Administration, Mailbox und hinterlegen unserer Parallelsinfrastruktur einen SMTP-Server und einen entsprechenden Benutzernamen und Passwort, falls der SMTP-Server eine Authentifizierung erfordert. Danach gehen wir wieder hier auf den Startknopf und sagen Invite Users. Hier oben in diesem Bereich können wir definieren, für welche Vorlagen oder besser gesagt für welche Endanwendungsfälle eine solche Einladung versendet werden soll und hier unten in der Zeile können wir den öffentlichen DNS-Namen, also die Public IP oder sollte es sich nur um einen internen Zugriff, also Netzwerk intern handeln, kann man hier auf diesen Knopf drücken und er zeigt mir die RAS-Server-Adresse. Wir wählen den Gateway-SSL-Modus aus und klicken auf Next. Hier oben in dem Feld Recipients können wir also jetzt unsere E-Mail-Adressen hinterlegen, an die diese Vorlage bzw. an die diese Einladung gesendet werden soll. Ich packe hier mal die Adresse meines Kollegen rein und drücke auf Preview. Das heißt, wir sehen hier eine entsprechende HTML-Datei, wie sie auch dann beim empfangenen E-Mail-Adressaten auftauchen würde. Wir klicken auf Next, warten einen Moment, es sollte relativ schnell sein. Hier, okay, E-Mail wurde gesendet, Finish. Okay, das war die eine Sache. Jetzt zeige ich Ihnen aus der Sicht eines Browsers, Browser, hier haben wir ihn, wie wir im Prinzip von hier aus den Client herunterladen können und diesen Client dann auch automatisch konfigurieren. Hier oben klicken wir auf Download Client. Der Download-Bereich hier bringt uns immer automatisch zum passenden Client, da ich hier von einer Windows-Maschine zugreife, lädt er jetzt hier auch den Parallels-Client für Windows herunter. Nach erfolgreicher Installation des Clients klicke ich hier auf der rechten Seite auf Configure und damit konfiguriert sich der Client vollautomatisch. Das heißt, der User muss danach nicht mehr über das Browser-Interface gehen, sondern kann ganz normal über den Client arbeiten. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Dieser wird haltet, aus der Säule, aber nicht mehr über den Client auf dem vraimenten Client. Das ist ein bisschen. Da ist, bei mir, weil ich gerne mal über den Client hat, wo ab und machen kann. Vielen Dank.